. Frau Junge? Ja? Bringen Sie das bitte Herrn Bohrmann. Die Pitschen, das ist ihm durchgekommen. Siehe willkommen von Göring. Ja. Er schreibt. Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Verrat an meiner Passion! 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 Dieser Versager, dieser Marotzer! Ein paar Vanille, ein Faulpilz! Wie kann er das wagen, denn das Handlungs- und Feig schrappeln? Was hat er für das gemacht?! Alle dafür müsste man ihn auf die Wand stehen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Bringen Sie mir, Feigalite! 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 Feigalite!